Hallo, hier ist wieder eure Jenny Kay. Hi! Ich mache heute noch mal ein kleines kurzes Video, weil ich ganz viele Mails von euch bekomme, in denen immer wieder gefragt wird, warum ich im Rollstuhl sitze und was ich eigentlich habe. Und deswegen noch mal ganz kurz und knapp für euch. Ich sitze im Rollstuhl, weil ich eine Muskelerkrankung habe, genannt SMA, also ein Muskelschwund, der chronisch verläuft. Also es wird nicht besser, es wird schlechter. Und nichtsdestotrotz möchte ich euch hier auf der Seite bei Facebook oder auch bei YouTube in den Videos einfach zeigen, wie ich damit zurechtkomme, was ich so erlebe, dass es nicht unbedingt schlecht ist. Ist jetzt blöd gesagt, aber das Leben ist nicht vorbei, nur weil man eine chronische Erkrankung hat. Und was ich halt so erlebe, welche Hilfsmittel ich benutze, welche Sachen für mich neu sind, die ich selber vorher nicht kannte. Oder einfach erlebt habe und alles irgendwie in Bezug aufs Handicap. Also dürft ihr gespannt sein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch auf YouTube die anderen Videos schon angucken. Ein paar sind ja schon da. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß auf meiner Seite beim Anklicken der Bildchen. Und natürlich poste ich zwischendurch immer mal wieder Links von anderen Seiten, wie zum Beispiel die Seite von Colin hilft Paul für einen guten Zweck. Oder zum Beispiel für unsere Hashtag-Nicht-Mein-Gesetz-Kampagne von Roll-Caulhausen. Oder auch so positive Dinge wie von Petra Patchwork, die zum Beispiel solche putzigen kleinen Plüschrollis macht. Ja, also irgendwie hat alles mit dem Thema Handicap zu tun. Und ich möchte euch das einfach ein Stück weit näher bringen. Deswegen mache ich das hier und freue mich ganz doll über eure positiven Resonanzen, die wirklich wahnsinnig lieb rüberkommen. Und ja, ich freue mich immer, wenn ich lese, oh, sie haben eine Mail oder sie haben drei oder vier Mails auf einmal. Und ich denke, juhu, da hat dann wieder jemand geschrieben. Und wenn ihr mögt, besucht mich doch auch mal auf Instagram oder auf YouTube. Ich schmeiße euch die Links natürlich wieder unten rein. Ja, und beim nächsten Mal erzähle ich euch dann wieder mehr über meinen neuen Rollstuhl. Da bin ich nämlich gerade auch dran mit zurecht zu kommen. Aber ich habe euch ja geschrieben, es ist erstmal noch etwas Gewöhnungssache. Liegt aber nicht unbedingt am Stuhl, sondern einfach an meiner Muskelerkrankung. Der Körper muss sich erst noch eine Weile dran gewöhnen. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Genießt das schöne Sonnenwetter. Und... Mua! Bis bald und okay! Uhh... Ihr geht dochphänisch! Das ist gut! dir sind...